Letztes Jahr habe ich Hackelfeucht für mich entdeckt und dieses Jahr werde ich euch davon überzeugen. Meine erste Station ist gleich die Sumberklasse von Guillermo. Guten Abend! Ich möchte heute mal mit euch über eure Poppes reden. Ihr habt da jetzt feuchtes Toilettenpapier? Noch nie benutzt. Noch nie benutzt? Hier sind es volltoilettig. Oh, da kommen strahlende Gesichter. Was war das für ein Gefühl? Weich. Probieren? Sehr hygienisch, sehr sauber. Jetzt ein bisschen frisch geduscht. Ja, genau. Würdest du weitermachen damit? Ja, auf jeden Fall. Besser geht's gar nicht. Weiter geht's! Hallo! Hallo!